Ich mache mir Sorgen, dass ich wegen des Nahrungsmangels an Corona erkranke und verhungere. Ich bin gezwungen zu arbeiten, egal wie schwer es ist, weil ich der Älteste in der Familie bin. Meine Familie ist arm, deswegen möchte ich auf der Straße durch meine Arbeit helfen, damit ich in der Schule bleiben und meinen Traum, Lehrer zu werden, erfüllen kann. Seit Corona arbeite ich nicht mehr. Ich kann nicht helfen, meine Familie zu versorgen und kann nicht kaufen, was wir daheim brauchen. Weltweit sind rund 73 Millionen Kinder von den schlimmsten Formen von Kinderarbeit betroffen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie werden es täglich mehr. Das muss sich ändern. Du hast es in der Hand. Achte beim Einkauf auf fair gehandelte Produkte. Unterstütze Organisationen in ihrem Engagement gegen Kinderarbeit und fordere mit uns gemeinsam verbindliche Verantwortung in Lieferketten. Mach auch du mit und setze ein Zeichen gegen Kinderarbeit. Lade dein Foto hoch und werde Teil des Mosaiks gegen Kinderarbeit. Alle Infos findest du unter www.kinderarbeitstoppen.at